Kennst du eigentlich Christian Bale? Das ist der Typ, der irgendwie 2004 für The Machine ausgesehen hat, wie also einer Schauspieler. Also tatsächlich massiv magersüchtig und nur ein Jahr später war der für Batman Begins am Start. Also völlig crazy, was für eine körperliche Transformation der durchlaufen hat. Und ich habe die Hollywood-Strategie von Alexander Christiani und das war mir total einleuchtend. Und deswegen will ich dich als Unternehmer auch motivieren, dir das zunutze zu machen. Christian Bale hätte diese Transformation niemals alleine geschafft. Na klar hatte der einen Trainer, der dafür sorgt, dass der ordentlich trainiert. Einen Ernährungsberater, der sich um nichts anderes kümmert als Essen. Vitalstoffberater, der dafür sorgt, dass der Supplemente nimmt, dass er es überhaupt überlebt, diese Geschichte. Also der hatte tatsächlich für jeden Bereich einen Spezialisten. Und so ähnlich ist es bei PS auch. Wir kümmern uns um Online-Marketing, wir haben einen Spezialisten für die Technik und Automatisierung von Online-Marketing. Aber auch eben mit dem Markus Business-Coach, Führungskräfte, ich selber bin Unternehmer. Und genau deshalb macht Marketing-Consulting so viel Sinn für einen Unternehmer. Weil wenn man so ein Experten-Team hinter sich hat mit Spezialisten aus den einzelnen Bereichen, das macht wirklich Sinn. Vielen Dank. Vielen Dank.